Du hast gesagt, oder es ist schon angedeutet, es kann kompliziert werden. Jetzt sollen wir ein bisschen näher ins Detail gehen. Was ist für dich das Komplizierteste an der Rückrunde? Dass wir einfach jetzt eine gejagte Mannschaft sind. Also wir sind ja gerne eine Mannschaft, die aus der Überraschung herauskommt. So hat ja auch die Hinrunde begonnen. Man wusste nicht genau, wo man steht. Wir haben in der Rückrunde letztes Jahr, letzte Saison, haben wir es nicht so gut gemacht. Dann haben wir im Sommer einige Dinge verändert. Man hat uns wahrgenommen, aber jetzt nicht wirklich ernst genommen vielleicht. Und das hat sich natürlich jetzt rapide geändert. Und genau das ist eben jetzt die Wahrnehmung, die wir haben, mit der wir umgehen müssen. Die Erwartungshaltung. Auch vielleicht bei den Fans, die natürlich träumen. Das tun wir auch. Aber wir haben halt noch eine ganze komplette zweite Rückrunde zu spielen. Zweite Halbzeit, wie ich so gerne sage. Und da kommt es eben auf jedes einzelne Spiel drauf an. Da dürfen wir jetzt nicht erwarten, dass wir weiter durch die Liga marschieren. Da müssen wir schon eben auch mit den Problemen und mit dem, was auf uns zukommen wird. Nämlich, dass Mannschaften tief stehen werden. Dass vermeintliche große Mannschaften auch gegen uns erstmal abwarten werden. Und wir versuchen müssen, sie auszuspielen. Das wird auf uns zukommen. Und da brauchen wir, wir brauchen die Fans. Wir brauchen die Fans, gerade im Borussia-Park. Wir haben eine Hinrunde erlebt, wie ich es gerade gesagt habe, einmalig. In der Rückrunde werden alle großen Vereine zu uns kommen. Alle Mannschaften, die gerade um uns in der Tabelle sind, werden außer Frankfurt. Und Leverkusen werden allen anderen bei uns aufschlagen. Und da werden wir unsere Festung brauchen, um eben genau diesen Kontrahenten, die uns den Platz abspenstig machen wollen, auf Distanz zu halten.